Das Wort der Kollege Dr. Peter Tauber. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen, meine Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, wenn wir über das Thema Kinderrechte sprechen, wenn wir darüber sprechen, wie wir Kinderrechte umfassend stärken wollen, dann ist es ganz gut, so wie es die Kollegin Ruprecht ja auch getan hat, die Probleme in den Blick zu nehmen. Es ist aber auch ganz gut, wenn wir uns mal darüber verständigen, was eigentlich alles Gutes geschehen ist in den letzten Jahren. Sie haben einen Punkt dankenswerterweise gesagt, nämlich die Rücknahme der Vorbehaltserklärungen zu den UN-Kinderrechtskonventionen. Ich glaube, dass das ein ganz starkes und wichtiges Signal war, dass wir als politische Entscheidungsträger die Rechte der Kinder ernst nehmen und dass wir dafür die entsprechenden Rahmenbedingungen schaffen wollen. Sie wissen aber auch, dass der einzige Punkt, der noch offen ist, eben ein bisschen komplizierter ist, gerade wenn wir über die Kinder, die im Rahmen eines Asylverfahrens nach Deutschland kommen, sprechen. Es beginnt bei der Frage der Feststellung der Identität, wenn sie ohne Papiere einreisen. Man muss sich auch fragen, warum haben sie denn keine? Und es geht weiter in der Frage der verpflichtenden Ausstellung einer Geburtsurkunde. Auch das ist eine Forderung, die erhoben wird, bei der wir eben feststellen müssen, auf welcher Basis stellen wir denn dann eine Geburtsurkunde aus. Also es ist alles ein bisschen schwieriger und komplizierter als auf den ersten Blick. Und deswegen rate ich ein bisschen zur Vorsicht, wenn man so frank und frei darüber spricht, weil doch der Eindruck entstehen könnte, als ob da böser Wille staatlichen Handelns dahinter steht. Das, glaube ich, ist nicht so und das kann man zurückweisen. Nicht nur deshalb, weil ja auch Sie in der Vergangenheit das entsprechend selber so bewertet haben, wenn ich das richtig weiß. Denn wir diskutieren das Thema ja nicht erst seit gestern. Es gab wechselnde politische Mehrheiten in der Frage, warum und ob die Vorbehaltserklärung überhaupt zurückgenommen werden kann. Und noch 2007, da waren, glaube ich, Sozialdemokraten in der Bundesregierung vertreten, herrschte politische Einigkeit, dass man die ausländerrechtliche Altersgrenze unangetastet lassen wollte. Also insofern warne ich ein bisschen vor zu sehr Schwarzmalerei, weil ein völlig falsches Bild entsteht. Natürlich liegen uns die Rechte der Kinder, die zu uns kommen, am Herzen. Wenn wir jetzt darüber reden, was können wir denn tun, um die Rechte von Kindern umzusetzen und zu gewährleisten, dann gehört es auch zur Wahrheit, dass wir feststellen müssen, das liegt ja nicht alleine in unserer Hand. Das entscheiden wir nicht alleine als Deutscher Bundestag, sondern das ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, bei der eben auch andere Ebenen beteiligt sind. Wenn Sie die Forderungen aufgreifen nach einem Religionsunterricht, zum Beispiel auch für muslimische Kinder, dann ist das eine Aufgabe, der sich die Länder stellen müssen. Das Gleiche gilt für die Vermittlung von Medienkompetenz. Auch dort sind die Länder in den Bildungsplanungen gefragt. Und auch ein Thema, was immer wieder genannt wird, ist das Thema Beteiligungsrechte. Und da haben wir ja einiges auf den Weg gebracht. Hauptgeldgeber bei der Schaffung eines Individualbeschwerdeverfahrens ist die Bundesrepublik, wenn es darum geht, beim zuständigen Ausschuss für die Rechte des Kindes sozusagen Beschwerdemöglichkeiten für Kinder einzurichten. Also so schwarz-weiß und so negativ, wie Sie es andeuten, ist die Welt Gott sei Dank auch an diesem Punkt nicht. Und das ist ein Aspekt, der mir persönlich und auch meiner Fraktion sehr wichtig ist, weil wir ein bisschen aufpassen müssen, wie wir über Kinder und Jugendliche und ihre Perspektiven in diesem Land reden, mit welchem Duktus. Ich finde es schon richtig, den Finger in die Wunde zu legen und Probleme auch zu benennen und nichts schön zu reden. Aber Ihr Antrag und auch Teile der Ausführungen suggerieren ja eben, dass wir schlechte Rahmenbedingungen für Kinder und Familien in diesem Land haben. Und ein weiteres Problem ist, dass wir uns allzu oft in den Debatten gegenseitig das Recht absprechen, diese Interessen wirklich in den Blick zu nehmen. Und das ist nicht so. Wir können über die sachliche Angemessenheit eines Betreuungsgeldes streiten, aber dem anderen zu unterstellen, er hätte bei diesen Überlegungen nicht das Bemühen, die Rechte von Kindern und Familien in den Blick zu nehmen, das geht nicht. Und wenn wir das nicht ändern, dann tun wir Kindern und Jugendlichen und vor allem auch Familien in dieser Gesellschaft keinen Gefallen. Deswegen mahne ich auch da ein bisschen mehr Sachlichkeit in der Debatte an. Denn welcher Eindruck entsteht? Der Eindruck entsteht bei jungen Paaren, die sich vor der Frage befinden, ob sie sich für Kinder entscheiden, dass sie in dieser Gesellschaft sowohl von der Gesellschaft selbst, aber eben auch von der Politik alleine gelassen sind. Und ich glaube, dieser Eindruck ist falsch. Den können wir definitiv so nicht stehen lassen. Denn die Politik hat in den letzten Jahren an unheimlich vielen Stellen die Rahmenbedingungen für Familien und damit für Kinder deutlich verbessert. Das beginnt beim Ausbau der Betreuungsangebote. Sie wissen, dass der Bund mit einem unglaublichen Programm hier die Kommunen und die Länder unterstützt, durch das Kinderbetreuungsfinanzierungsgesetz, sowohl bei den investiven Maßnahmen im Gebäude, aber auch bei den laufenden Betriebskosten. Und wir werden ab 2014 weiterhin jährlich 770 Millionen zur Verfügung stellen. Es geht weiter über die Unterstützung und den stärkeren Einsatz von Familienhebammen. Auch das ist ein ganz wichtiges Instrument, was wir Familien an die Hand geben wollen. Es geht weiter über das Bundeskinderschutzgesetz, das wir auf den Weg bringen. Und auch das ist eine weitere Maßnahme. Trotz der Sparbemühungen im Bundeshaushalt bleiben die Mittel im KJB weitgehend ungekürzt. Lediglich im Bereich der Bürokratie sparen wir ein. Die Leistungen für die Verbände und damit für die Kinder und Jugendlichen bleiben gleich. Auch das ist ein ganz wichtiges und starkes Signal. Hinzu kommt auch die offensive frühe Chancen zum Thema Sprache und Integrationsförderung mit 400 Millionen Euro in 4.000 Einrichtungen in den Schwerpunkt Kitas für Sprache und Integration. Auch die Erhöhung des Kindergeldes ist etwas, was Familien stärkt und damit auch Kinder stärkt in ihren Rechten, nämlich dass sie in einer Familie groß werden können. Auch die Initiative Jugendstärken gehört dazu. Und ich höre ja dann die Zwischenrufe von den Sozialdemokraten, weil sie der Meinung sind, ich rede nicht zum Thema. Ich rede sehr wohl zum Thema, weil all diese Maßnahmen am Ende dazu dienen, dass Kinder in diesem Land so groß werden können, wie wir uns das alle wünschen. Glücklich und behütet, könnte man auch einfach sagen. Und diese Maßnahmen helfen dazu. Und deswegen gehören sie auch in diese Rede. Ich kann das Bildungspaket erwähnen, das Kindern und Jugendlichen Teilhabe ermöglichen soll in unserer Gesellschaft. Wir können darüber reden, dass wir Kindern auch den Zugang zur digitalen Welt ermöglichen. Die Enquete-Kommission unter der Leitung von Thomas J. Zornbeck in der Projektgruppe Medienkompetenz hat dazu einen wunderbaren Vorschlag gemacht, um alle Kinder unabhängig ihrer sozialen Herkunft digitale Kompetenzen zu vermitteln, indem jeder Schüler künftig einen Laptop zur Verfügung gestellt haben soll. Wir versuchen, die Menschen, die mit jungen Menschen umgehen, fit zu machen, zu qualifizieren und auszubilden durch die Ausbildung frühpädagogischer Fachkräfte und auch die Medienqualifizierung von Erzieherinnen und Erziehern im Netzwerk frühkindliche Bildung mit dem wunderbaren Namen Biber. Und am Ende kann man auch das Elterngeld noch nennen, dass es eben ermöglicht, dass Familie in diesem Land ganz anders gelebt werden kann, dass Väter ihrer Verantwortung stärker gerecht werden können. Auch darauf haben Kinder letztendlich ein Recht. Und man kann natürlich den Punkt noch nennen, dass wir der Auffassung sind, dass Kinderlärm keine Belästigung ist, sondern Kinderlärm ist Zukunftsmusik. Und auch das muss man einmal deutlich sagen. Und es gehört dazu, wenn wir über Kinderrechte in dieser Gesellschaft reden. Jetzt habe ich eine Menge von politischen Maßnahmen aufgelistet. Ich persönlich bin der festen Überzeugung, wenn wir über Kinderrechte reden, dann geht es in allererster Linie darum, dass Kinder ein Anrecht haben auf Liebe und Fürsorge. Wie es der Heilige Vater gestern gesagt hat, auf ein hörendes Herz. Und das kann die Politik nicht verordnen. Das können Eltern Kindern geben. Und darauf haben Kinder in allererster Linie ein Recht. Und deswegen gehört es an der Stelle auch dazu, und das ist mir zum Schluss noch einmal wichtig, festzustellen, in diesem Land haben Kinder trotz vieler Probleme alle Chancen. Es gibt wenige Länder auf dieser Erde, in denen Kinder unter solch guten Rahmenbedingungen heranwachsen können, in denen sie solche Perspektiven haben. Und wenn wir das jungen Eltern nicht zurufen, dann brauchen wir uns nicht wundern, wenn sich zu wenige für ein eigenes Kind entscheiden. Und deswegen, aus meiner Sicht, haben Kinder vor allem ein Recht. Sie haben ein Recht auf liebende und fürsorgliche Eltern. Und weit über 80 Prozent der Eltern in diesem Land machen einen guten Job. Und wenn wir über Kinderrechte reden, dann muss man ihnen dafür zunächst einmal herzlich Dank sagen. Die machen das besser als wir, wenn wir nur reden und irgendwelche Dinge ins Grundgesetz schreiben. Das hilft den Kindern selten. Die Kinder brauchen Eltern, die sich um sie kümmern. Und viele machen das ganz toll. Und denen gilt es Danke zu sagen. Herzlichen Dank. Applaus Das Wort hat jetzt Das Wort hat jetzt